Meine lieben Lebenden, jetzt wird zugehört. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der virtuellen Welten. Tja, und da verlesen sie ihn auch schon wieder. Mein Kumpel Dennis, jawohl. Ja, du hast eine Locke da. Wo habe ich denn eine Locke? Du hast da so eine Locke da vorne. Ja, besser. Aber das siehst du. Nicht, dass du so aussiehst wie beim Jan in dem einen Session, wo ich gesagt habe, für so eine Geschichte hättest du mich schon umgebracht. Ja, wir haben auch mal irgendwas gespielt, wo ich da... Ja, wo ich danach, wochenlang, wochenlang wurde ich hier malträtiert. Bisschen hier, Hagen, was ist denn das eigentlich? Ich hab dich gefahren, hast alle Knöpfe zu. Du hast Ja gesagt. Der war auch schon mal zu. Ich hab ihn nicht aufgemacht. Komm mir nicht so. Hast du noch ein Taschentuch für mich? Ja. Danke. Verletzte? Nein, das hat aber so richtig gebitzelt. Das wäre schon geil, wenn das irgendwie funktioniert. Naja, wir müssen mal gucken. Wenn was funktioniert? Ja, halt eben, dass wir Videos machen können, aber trotzdem über Distanz und ich praktisch wie virtuell hier sitzen würde. Ja, dann kannst du nur nichts anfassen. Das stimmt. Ich kann dich da nur dirigieren. Nur weiter. Nur weiter. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter durchgehen. Getränke eingeschenkt? Du ja, ich nein. Muss das auch noch auf die Checkliste? Ja, Getränk ist schon wichtig. Dass so wie er als Harper Kerkelding als Königin Beatrix aufgetreten ist. Und die haben dem das auch irgendwie abgenommen und er wusste, er hat gedacht, er pflegt sofort auf. Und er wusste nicht mal, was er sagen soll. Also hat er immer noch gesagt, lecker Mittagessen. Damit ist er mehrere Minuten lang. So, gut. Jetzt sitzen wir beide gut vor der Kamera. Nein, ich sitze außerhalb. Die Kabel sind jetzt, hieß mal, auf der anderen Seite. Deswegen war ich eben so überfordert. Wenn du mal so rechts liegen, dann können wir hier im Kuschelmodus schön aneinanderbauen. Nein, nicht bewegen. Dennis, jetzt hast du dich von dir an. Mach es nicht komplizierter, als es ist. So, ja, wir fangen an. Moment, mein Mund ist trocken. Soll ich was trinken? Jetzt geht's. Willst du da nicht einen normalen weißen oder willst du den, den du hast lassen? Das sind ja die Infos zu Golden Axe, die da stehen. Ich dachte, du hast vielleicht hier irgendwelche coolen... Coolen was? Walkthrough, Lösungen, Bildschirm... Das ist nicht so schwer. Du musst einfach laufen und prügeln. Ist ja gut, ist ja gut. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.